Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Zu Füßen des mächtigen wilden Kaiser liegt Elmau. Und dort findet man auch das Skiparadies Feger, das sowohl im Sommer als auch Winter Equipment für unbeschwertes Freizeitvergnügen bereithält. Bestens beraten vom sympathischen Team erhalten Urlauber, Ausflügler und Hobbyathleten hier alles, was sie für sportliche Ausflüge in das Kaisergebirge benötigen. In den warmen Monaten bietet der Sportshop einen Fahrradverleih und Verkauf. Neben E- und Mountainbikes gibt's natürlich die passende Bekleidung sowie allerlei Zubehör. Die hauseigene Werkstatt garantiert, dass alles rund läuft. Im Winter ist das Geschäft eine der ersten Anlaufstellen für Fun im Schnee. Ob Skis, Snowboard, Rodel oder passende Ausrüstung, Feger hat's. Dank eines modernen Online-Reservierungssystems kann das Equipment bereits am Nachmittag des Vortages abgeholt werden. Skiparadies Feger – sensationelle Angebote auch in der Filiale in Biancas Sportshop in Elmau.